Okay, hier gibt's das Jet-Ski, das Floß und das Schiff. Oh, Blueberry und ich teilen, das ist ne Zelle. Guckt mal, wie findet ihr meinen Fischhut? Ich bin weg. Ich hatte leider den Unfall beim Angeln. Sollten wir uns nicht wieder aufteilen? Sora und Darkmisten runter. Okay, kann man jetzt mal jemand sagen, wie man läuft? Loll, das... ASD? Das wird mir bei 1.5.5 angezeigt, muss ich da mal gucken. Wer ist D und Schiff des Sprinten? Sind eigentlich jetzt alle hier raus, die nicht hingehören? Oh, hier gibt's Bretter. Wahrscheinlich sind die fürs Floß. Äh, Sora muss noch runter. Sora schiebt dich noch runter, ne? Wir brauchen Bretter für Floßboden und den Floßboden fürs Floß. Leute, ich helfe Sora mal gerade in seinem persönlichen Raum. Was war das? Ich hab so rüber zu den Wächtern geschoben. Ah! Ich hab das eben kurz... Ich hab das bei Discord eben gemacht. So, ich seh diesen Map hier übrigens auch zum ersten Mal. Du hast mir was übrig gelassen, ne. Hier, lass ich dir was übrig. Oh, ein ganz mieser, erst mal mit illegalen Items. Bist du, äh... Nee. Brauch noch, guck... So, ich geh schon mal graben, ne? Oh, Evi, wir haben eine Zelle zusammen. Ach, hi, äh, Streichhölzer brauch ich auch noch. Warte, 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 wir hatten jetzt, äh, Handel einen Anfall gemacht und wieder abgebrochen. Ähm, kann sein, dass ich es war und ich hab Streichhölzer, wenn du brauchst. Ich helfe dir. Äh, ja, brauche ich. Oh, ich streiche jetzt auch brauche ich. Schau mal den Weg für die Nacht freigraben. Geht das nur hier auf dem Bodenweg? Ähm... Ich hab Gold. Ich hab Gold gefunden. Nee, als recht. Ich hab mein Gold gerade weggeschmissen. Danke. So, Kupfer. Habt ihr Kupfer? Ich hab Kupfer. Okay, dann komm herunter. Ich brauche, äh, mal... Warum sind hier so viele Metalldektoren? Ich kann nicht. So. Sie haben mich mitbekommen. Sie wissen, was ich getan habe. Ach so, Kupfer? Ja. Ich schnell... Nimm's, damit er mich filzen kann. Danke. Kann man nicht irgendwie hier den... Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Dann auch ein Brett über den Kopfzimmern. Ja, sorry, ich hab mich vertippt. So, und ich hab jetzt eine Platine. Nee, aber du kannst sie blenden. Mit der Taschenlampe kannst du sie blenden. Ja, aber ich will ja eigentlich ein Brett über den Kopfzimmern. Kann man, wenn man bei mir im Zimmer jemand ist? Drei Bretter braucht man und einen ist keiner. Nee. Wo sind die verdammten Stöcker? Dann verstecke ich jetzt die Platine. Super. Ich hab ein Brett. Ich finde überall Brett, aber kein... Keine Stöcker. Ich hab ein Brett. So, als nächstes brauche ich einen Metalllöffel. Ich nehm die Zelle. Und Streichhölzer. Ich will nicht in die Zelle, ich brauche noch... Ich brauche noch was. Ich will noch... Ich will noch ein... Ich gehe auch um. Nein! Ich gehe in der Nacht rum, ist egal. Hat irgendjemand von euch zufällig Streichhölzer? Nee. Ich bin jetzt in Haft. Ja, dann hol mir mal welche. Ich war schon immer der Gute-Nacht-Sneaker. Aber wir haben jetzt... Wir haben neue Rechte. Klasse-Löffel und Streichhölzer. Klassik-Löffel habe ich drei dabei. Super. Und dann nur noch Streichhölzer. Ich kann dir einen abgeben, den Rest wollte ich zum Graben verwenden. Ist gut, einen brauche ich nur. Kommst du dann mal nach unten? Können wir dir die Gäbe-Nacht? Ja, ich muss erst mal wieder freilassen werden. Da ist groß. Hallo. Ey. Hier. Kannst du ein Löffel haben? Ich bin oben mit den Streichhölzer in einem Lüftungsschacht. Ja. Wie bei Herr? Ah, Streichhölzer. Hast du mehr? Ich habe nicht frei. Gibt ja. Hat irgendwer noch was in Graben? Das muss noch eine neue. Es muss nur noch zweimal reingestochen werden, dann kann man raus. Oh nein, mein spinnt. Ich habe einen Metallteller, aber das Einzige, was mir fehlt, ist ein blöder Stock. Ich wollte jetzt nicht mit dir handeln. Da muss noch einmal reingestochen werden. Oh, ja. Warum willst du? Wie kommst du denn raus? Ja, hier unten hingehen, Peile. Und dann ist hier irgendwo unten ein Weg, wo man abhauen kann. Ich bin oben. Ich brauche einfach nur einen blöden Stock. Ich habe einen Weg nach draußen freigemacht. Ich habe einen Weg in die Stadt gefunden. Ja, den habe ich auch schon. Und ich habe was für Streichhölzer mitgebracht. Ich brauche noch Streichhölzer. Ja, ich bringe eins mit. Ich habe nur Gold. Du, was willst du denn mit mir handeln? Ich will dir zeigen, was ich mitgebracht habe, ohne es zu sagen. Kannst du noch ruhig die Wächter hören noch gar nicht mit? Ich weiß. Nein, ich wollte aber, dass ihr ratet, was ich... Alles. Ich bin unten mit Streichhölzern. Ich bin in der Stadt unterwegs. Ich brauche... Oh, die Streichhölzer. Wo ist denn da der Silhütter? Gibt Streichhölzer. Okay, dafür braucht man auf jeden Fall einen Drahtschneider. Was? Um in der Nacht draußen rumzulaufen, by the way. Ich bin eh schon die ganze Nacht draußen gewesen. Ich bin eh schon die ganze Nacht draußen gewesen. Äh, Leute. Ich bin irgendwie so wie du rausgekommen bist. Ich habe den goldenen Schlüssel. Äh, ich bin einfach unten raus. Kann jemand von euch wieder runterkommen? Äh, wer braucht... Artene verstecken. Ich such immer noch nach blöden Stöckern. Ich habe zwei Stück. Dann gib mal rüber. Ich brauche einen Stock. Meinst du Streichhölzer? Wer hat jetzt andere abgebrochen? Ich weiß. Ich weiß, was... Weil ich mich verletzt nicht angegriffen habe. Hallo. Ich muss aber jemanden die Artene geben, damit jemand die verstecken kann. Ich bin weg. Ja, aber... Mein golder Schlüssel! Ja, gib her. Nein! Na, Knastbruder? Da war niemand bei mir. Wurde einfach so verhaftet. Der war unsichtbar. Na, Knasti? Na, mein Knastbruder? Schön reinpacken in den... Tick-Tack-Güß gegen eine Metallschaufel. Ich will hier mein Heeresilventar sein. Ich könnte auch eine Metallschaufel machen. Hätte ich einen blöden Stock, aber ich finde einfach keine Stöcker. Noch mal, ich habe noch einen Stock. Dann haben wir zwei Metallschaufeln. Wo wollen wir buddeln? Ich brauche jetzt nur noch eine Batterie. Ich glaube, die Stöcker finden es da hauptsächlich im Gym. Also, es wäre von euch eine Batterie? Nein, nö. Wenn ich eine hätte, würde ich eine abgeben. Das ist sehr nett. Das ist nur das Problem, dass wir keine haben. Also, wir kommen in die Stadt, in die wir unten sind. Und was bringt uns das? Naja. Da muss man fliehen. Da unten sind die Boote und so weiter. Das haben die nicht drin. Ohohohohohohohoho. Ich hatte Angst. Kann man jährlich auch mit einem Hubschrauber oder mit ein... Nee, die musst du komplett mit dem Boten. Das ist von Maps zu Maps unterschiedlich. es gibt immer eine fluchtmöglichkeit die muss über das handy rufen ich habe irgendwie das gefühl dass ich hier immer illegal unterwegs bin in dem spiel okay möchte mich jetzt mal ich gebe dir mein kopfer du gibst mir das gold bitte danke ich mache nämlich einen neuen goldenen schlüssel ist sagbar ist jemand ist jemand oben bei mir weiß ich nicht ich muss was ist niemand da so wieder runter ich brauche die antenne unten ich bin wieder in der stadt unterwegs ich habe eine batterie gefunden aber die wird wahrscheinlich weg gesetzt ich habe eine batterie ich brauche ich brauche nur eine antenne wofür wollte ich habe ich habe keine gesehen deswegen okay ich hätte noch ein brett gefunden ich habe immer noch ein stock so ich habe ein handy ich bin in der stadt ja egal verwendbar was meine ich jetzt mit dem handy du musst den ort finden wo man damit abhaut dann musst du dann das schiff rufen und dann musst du 20 sekunden verweilen es ist dann aber besser wenn alle bei die sind weil das teilhaut ab wenn die nicht da das heißt ich lager das ich glaube die wissen nicht dass man die grönen türen wieder zu warte 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 wenn ich das handy aktiviere ein schiff anrufen lande platz oberes stock unteres stock kommen dann ja es dauert 20 sekunden und dann kommt da was über die docks sind auf die karte oben oben links ist ein dock und mittel ruf ist nicht man braucht einen draht schneider dafür man braucht einen draht schneider bei beiden enden mein goldner schlüsse ist weg aber ich habe alle türen die wissen nicht dass man die tür wieder zu machen kann also jederzeit raus ich konzentriere mich jetzt auf einen draht schneider hallo ghost die kann ich das abbrechen dass ich ein schiff anrufe gar nicht also du möchtest eigentlich aus dem menü raus aber wenn es schon gerufen hat dann ist ich habe keinen ich habe kein zwölk gerufen aber wie komme ich aus dem handy raus da ist kein x ich konzentriere mich jetzt auf den draht schneider ok ich war hier unten ihr sagt bescheid wenn er oben wenn er offen habt und dann rufe ich einfach ja die nacht hat resettet super das ist ja nicht mehr vom display das ist gut die wissen aber dass sie aus der stadt raus können ich habe eine antenne gefunden oh shit ich wurde entdeckt ihr sagt wenn es soweit ist ja und nimmt mich dann mit so ich habe ein streichholz ich habe niemand gucken ob irgendwas in meiner zelle ist an kopf ich bin gesucht braucht ihr streichhölzer ich habe 10.000 gerade gefunden du hast du das handy ab ich habe nur die ganze zeit nicht was machst du so schraubenschlüssel geholt wer nicht wagt der nicht gewinnt so wie das seil ist illegal naja damit kann man sich ja erhängen vielleicht zu schnell ich fühle mich von märchen verfolgen also ich weiß jetzt bei einem der docks da das den draht weg machen oder wie ich habe auch ein doch nicht fragt noch jemand ne taschenlampe aber ich mache einen draht schneider hast du die leute blenden ich habe ja auch noch mal ein draht und das da hergestellt okay ja ich schneide unten frei du oben ok er bin schon da und ich bleibe in der mitte und ihr sagt und wohin wir abhauen ja war sie schon offen oben ist offen ich kann ja auch ein bloß bauen hier oben dafür müssen wir erstmal die sachen finden also ich hätte schon nicht weiß große problem also die bretter sind nicht das problem da kann man damit gold machen machen dort macht man goldschlüssel die öffnen jede tür verdammt der wusste wo ich bin ja titel ist der ist halt wirklich direkt gezielt für uns gelaufen der hat und kann man auch losbauen unten ist auch offen also ihr könnt auch unten hin okay dann muss mir mal jemand den weg zeigen wo wollen wir jetzt abhauen oben oder unten ich würde ich weiß nicht ich würde sagen dass wir eh nicht am helllichten tag abhauen sollten also jemand dass ich mal in der mitte im untergrund abholen weil ich habe keine ahnung wohin die haben die türen zugemacht ich habe ein problem du wirst direkt wieder gesucht blueberry nein ich habe auch nichts gemacht doch deine existenz existiert das war der grundlage wurde durchsucht zum glück alles bei mir aber jetzt abhauen oder nicht also ich habe unten frei gemacht ja wie kommt man runter wie kommt man da hin hat irgendwer ein brett ich würde nämlich nebenbei arbeiten schon mal das flot aufzubauen zur not weißt du wahrscheinlich ich auch nicht hier oben geht es ja okay ich habe ein brett gefunden da kannst du mir das geben wo bist du denn in meiner zelle und dicht gemacht oben wir wissen anscheinend zum unteren doch nicht bemerkt wie geht es runter hin einfach nach unten laufen würde von oben nach unten oder haben wir unten auch so ein weg aus ihm geilen gibt es gibt es noch einen zweiten weg wie schnell nach unten kommen einfach durch die stadt nach unten laufen würde ich sagen scheinengas hast du noch ein seil ich arbeite gerade an dem flot aber ja habe ich habe nämlich zwei bretter ich rufe jetzt leute und unteres stock alles gleich bin unterwegs damit ihr mich nicht alleine lasst okay du hast es nicht mitbekommen aber wir haben ihn die erste runde vergessen haben die unten dicht gemacht oder ist er noch offen unten ist noch es ist da ja das dicke schiff hier so ganz am ende ist schnellen stift wo ist es ja jetzt muss ich mir mein flot bauen und ich habe die zwei bretter gehabt aber das ist nicht ich habe 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 ich drop was im hohe oder die besucher verlassen statt ich drop was in die stadt oder oder wo brauchst du es wenn du mir sagst wo in der stadt das ist oben am eingang da hast du was ich gebe ich zurück ich kann nicht da steht einer ich will erst mal das flotsteil in sich einbringen ihr habt nicht alle dort drei pakete dort bekommen in der stadt ja und ein kaufpaket ist sogar noch was jetzt sind jetzt ist da sogar noch mehr so da sind richtig viele drück ich muss von prinzipien nur einen stock finden ja erb ins gym du musst trainieren gehen du bist einfach noch zu schmächtig so ich habe alles ihr seid alle so böse du hast aber dafür ganz viele job pakete bekommen das ist die rache für die letzte runde sie haben sie haben mich durchsucht anstatt die kiste gut es ist so gut hätten sie die kiste durchsucht hätte nämlich jetzt einsperren können mit ihr sagt dass unten noch offen ist müsste eigentlich weil ich das floß jetzt fertig also ja hoffen wir es sagst du jetzt und das ja können wir können ja auch mit dem aus da rein so ok youtube wie wie navigierst die kamen bevor ich das floß dahin bringe so ist aber erst mal dreimal kaffee ach du hölle sind dafür die job pakete ich würde gerne noch einen dritten kaffee oder irgendwas in der art findet wie gesagt es kann sein dass du meinem spend auch noch ein findest ich möchte nicht so viel ich kann in eure spiel sich reingucken die sind weg ach so ok wir haben wir haben unsere klamotten mitgenommen ihr habt mich zurückgelassen ich hab ja tausend mal gesagt wir würden jetzt sagen wer zu lahm ist er kommt halt nicht mit echt mal letzte runde auch so gemacht wenn ich mich jetzt erwischen dann hast du jetzt halt gelassen ja das wird tor wieder zugemacht was draußen seiten schneiders zugemacht gut dass sie mir das sagt sonst er steht auf den steg das ist egal ich kann an beiden händen was machen ja es sind aber beide zu ja ich habe jetzt erst mal mein flot in sicherheit gebracht das ist jetzt erst mal vorne weg ich bin mal gespannt wie die wächter sich ein ablachen werden wenn sie denn hören wir haben scheinig zurückgelassen immer werde ich zurückgelassen war es jetzt langsam du schnecke es tut mir leid ich bist du fisch warum schwimmst nicht einfach weg wenn du mal jetzt den weg nach unten folgen würde siehst du da ganz viele durchpakete sind die da ja dort sind ganz viele nicht das eine schaufel brauche ich nicht löffel ist eigentlich mehrere sachen drin vielleicht kriegst du sogar das was du brauchst wenn du glück hast noch eine plastik schaufel schneider super und die kisten haben dir sogar geholfen wir sind wir lassen dich doch nicht alleine ja ja ich schon aber hat nehmen vom weiten das war der plan in der tat wir mussten ihn einfach nur den seit den komischen draht schneider wenn ich jetzt schaffe zu kommen was los da bin ich eine legende dann bist du einfach jemand der glück hatte dass er einen draht schneider durch unsere support kisten bekommen hat durch die vielen support kisten glück durch unser support ein glück sind die grad nicht hier tschüss leute und er segelt weg ja ich hab so alleine geschafft ja das war's mit dem heutigen part wenn es euch gefallen hat lasst ein abunden leichter und besucht natürlich auch die kanäle der anderen tschüss